So, und jetzt mit dem Klumpen Erde in der Hand machen wir uns weiter an die Arbeit. Es ist dunkel! Ich frag mich dunkel, Leute. Der Track, der da hinten läuft, das ist der Soundtrack von The Binding of Isaac. Wer es nicht kennt, bei Steam gibt es das für 5 Euro und der Soundtrack kostet, glaube ich, nochmal 95 Cent oder so. Ich weiß nicht mehr genau. Ah, es wird schon hell. Hallo, Sonne! Nee, ich falle. Ach ja. Ich habe schon eine ganz riesige, tolle Idee, wie wir das hier alles bauen können und was aus diesem Berg hier wird, auf dem wir gerade stehen, habe ich eine ganz tolle Idee. Und die würde ich liebend gern umsetzen. Liebend gern. Um das mal deutlich zu machen. Schufel, Schufel, Schufel. Wir haben keine Schufel. Oh, 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 oh. Dann kloppen wir erstmal Stein. Stein, Stein. Geh kaputt, Stein, geh kaputt. Fackel hier. Da so hin. Stein, geh kaputt, Stein. Krieg dich, Stein. Ach ja. Schon der zweite Part, der erste Part war ja so 19 Minuten noch was. Wunderbar. Schön, nicht wahr? Schön. Ja. Doch. Das wird mal was hier. Mit euch. Und mir. Und der Map. Also bis jetzt sieht die Map eigentlich überhaupt nicht schlecht aus. Also guckt euch das mal an. Ist das nicht geil? Was man da, hier dieser silberne Leuchtturm, wo ich ja auch schon im ersten Part meinte, da ist ein kleiner Erdblock da. Das sieht auch saugeil aus. Da kann man, was man da alles bauen kann auf dem Erdblock, wow. Oder hier auf dem kleinen da, der jetzt im Inventar von uns ist. Also die Möglichkeiten hier. Gucke ich mir einmal an und schon weiß ich, boah, da baue ich einen Leuchtturm hin, da. Das wäre doch eine echt geile Idee, da einen Leuchtturm hinzubauen. Was dahinter wohl noch ist. Ach, ich freue mich schon. Kühe. Zivilisation. Nicht fallen. Der Erdblock ist auch, wow. Das geilste hier. Das geilste. Also, was das für ein Sieg ist, da habe ich keine Ahnung. Vielleicht von Kid Icris. Ich weiß es nicht. Ich habe eine ganze Playlist von Kid Icris mit 11 Tracks. Und diese Playlist habe ich in dieser Minecraft Playlist drin. Und das könnte von Kid Icris sein, weil ich das nicht kenne. Ja, aus dem Grund. Da ich ja auch kein einziges Kid Icris gespielt habe. Geschweige denn spielen werde, weil ich mir keinen 3DS kaufen werde. Obwohl, es soll ja ganz geil sein. Aber, naja. Ich habe ja Zelda. Da. So. Hallo. Ha, ha, ha. Nicht lecken. Nicht. Nein. Nein, Framerate. Nein, das machst du jetzt nicht. Okay. Äh. Alter. Junge. Was los? Was ist hier? Was ist da in der Ecke? Joa. Was? Was ist hier los? Okay. Der fucking Mac Generator. Naja. Also folgendes. Ihr habt gemerkt, ich habe die Aufnahme einfach beendet. Das liegt daran, dass meine Ma zu mir sagte, Jan, Scheiße, wir müssen los. Wir mussten um 4 Uhr da sein bei meiner Tante, weil die heute nämlich Geburtstag hat. Und wir sollten 4 Uhr da sein und es war schon 10 vor 4 und wir waren noch nicht fertig. Deswegen muss ich einfach schnell ausmachen und zack, 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 alles so. Hätte ich Tschüss sagen wollen, dann hätte es noch 20 Minuten gedauert. Deswegen habe ich einfach ausgemacht jetzt dafür Entschuldigung, aber es war drängend. Aber dafür geht es jetzt weiter, aber auch nicht lange. Ich habe jetzt nur ca. 10 Minuten Zeit, weil ich mit Freunden gleich Battlefield zocke. Muss ich jetzt mal gucken. Ja, okay. Ich habe hier eine Uhr neben mir und auch eine am PC. Also habe ich zwei Uhren, also sollte nichts schief gehen. Oh, ich sage euch, das wird so geil hier. Oh, das auch. Da lasst mir die Sammeln zusammen. Blöcke. Ö, blöcke, 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 blöcke. Da, erstmal Stickies für eine Show... Häufel. So Jetzt haben wir eine Schaufel Und reißen die Kacke hier ab So Die bröckige Kacke hier Weg damit Die stinken schon Viel zu lange da Genauso wie der Kackklumpen Der nicht mehr da Ach doch, da ist er Da ist schon ein Kackklumpen In der Luft So viel dazu Ja, ja, ja Minecraft, Minecraft Ich sag euch, das wird so schön Wenn ich hier erstmal fertig bin Mit dem Ersten Haus hier auf dem Hügel Wenn ich die Ebene hab und so Ja, doch Das wird mir gefallen Dann werden wir uns auch schon Auf den Weg machen In die erste kleine Miene So ein bisschen erkunden Und der ganze Schmarrn Ja, das wird Schön Nicht fallen Fallen ist nicht schön Das mal so gesagt Fallen kann dem nicht wehtun Vor allem von der Treppe Ja Dann So lässt du von ganz oben runter Und kommst dann mit einem blauen Auge Blutiger Nase Gebrochen Im Bein gebrochen Im Arm Verrenkt Im Arm Ausgekriegt Da Schulter An Und meinst Ach, war ja ganz witzig Ja, so läuft das Ja, fall doch noch weiter Nach unten Gut Ah, wo ich grad Ich merk grad Also hier Skin von Skyrim Ich wollte Einen anderen Skin Drauf hauen Hab's aber leider vergessen Naja Nächste Aufnahme dann Ich nehme jetzt sowieso Nur 10 Minuten auf Und von daher Nicht so tragisch Alter, die Schaufeln Die halten doch gar nichts Boah Kann einen aufregen Ja, ja, ja Ja, 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 ja Ja, 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 ja Ja Boah, das ist noch so viel Das sollte mich beeilen So Das geht doch hier Ja, 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 ja Die ganze Kacke hier, ne Das ist, äh, das stinkt Einfach Bäh Boah, woah, woah So, 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 so Und so Und so Und so Dann hängt man das Da, dum, dum, dum Dudo, dum, dum Dudo, dum, dum Dudo, dum Dudo, dum, dum Dudo, dum, dum Dudo, dum Dudo, dum, dum Dudo, dum Dudo, dum Ich will schön aus dort O city Mein Krass Beim Kacke abbauen, yeah, das ist cool, das ist super cool, Kacke stinkt mir, deswegen mach ich sie weg, yeah, das ist gut, Kacke hier abbauen, doch, ich habe so kein Bock, ich will bauen, bauen, ja, ich will bauen. Tadam, alter, schon wieder, die Schaufeln sind doch echt für den Arsch, ja, ja, wow, ja, danke für den Raid, vielen Dank, hab herzlichen Dank, du. Oh, muss ich mir auch mal jetzt Stickys machen, man, 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 beste Watt, dann mach ich mir gleich zwei Schaufeln, so, und so, also Erde haben wir jetzt für den Anfang schon genug, so, das ist schön. Was dann fehlt, wäre Eisen, Kohle auf jeden Fall, muss noch mehr, mehr, um das ganz Eisen zu verarbeiten, dann noch Diamanten, oh, Hammer, 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 Diamanten, richtig, Gold, wieso nicht, vielleicht kommt irgendwann mal irgendwas ganz wichtiges für Gold, zum Beispiel die Bären, wer weiß, ich, keine Ahnung, Aber logisch wäre das doch, wenn man dann so Geld im Kopf pflicht, dass wir dann so bei den NPCs da laden, dann kann man da irgendwelche Items kaufen, wär doch gar nicht mal so schlecht, oder? ja komm da 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 noch fünf Minuten das ist doch ich will ich will ich will erkunden ich will ist das was ist das ist das Faible da hat gerade eine Tür geknallt ich habe keine Ahnung wieso wahrscheinlich den Durchzug da Prozent 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 erste Schaufe HüiNiBer HüNiBer 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 Nein nicht Erde Kacke Geh weg und dann noch der ganze Steine muss ja auch noch weg Ah ich hätte doch einfach unten reinbauen sollen fürs Erste aber naja wo ich jetzt dabei bin ich hab sowieso was ganz großes hier mit diesem Berglein vor ja das wird was das wird was so dann war's dann war's das doch auch gleich schon mit der Erde ich hab's schon mit der Erde gesagt das ist Kacke Kack 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 so war's das dann mit der Erde ich denke doch da muss jetzt der Stein weg Kack 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 Jaaa das hab ich auch kommen sehen noch zwei Minuten Kack so machen wir auch direkt mal 2 und eins und zwei. Weiter. Komm, dieses Stück Scheiße will ich hier noch weg haben. Und das hier. So, so, so. So, so und so und so. Und da ist noch Erde. So, dann baue ich erstmal hier lang weg. Das ist auch weh. Das mache ich jetzt auch jetzt weg. Und zwar mit der Schippe, die wahrscheinlich mitten drin kaputt geht.